Der Beruf der Hebamme ist für mich spannend, weil ich jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt werde. Ich weiß eigentlich nie, was mich erwartet. Die Arbeit mit den Familien ist immer wieder individuell. Mein Tagesablauf ist eigentlich immer sehr unterschiedlich und eigentlich immer bunt gemischt. Das ist auch etwas, was ich an meinem Beruf sehr mag. Es ist ein Beruf, der einfach auch sehr abwechslungsreich ist, niemals langweilig ist. Mich erwarten halt jeden Tag neue Aufgaben, immer wieder andere Aufgaben, die mich immer wieder vor eine neue Herausforderung stellen. Wenn das Kind geboren ist und zur Mutter auf die Brust kommt und man allen anmerkt oder man allen die Emotionalität anmerkt und alle froh sind, alle stolz sind auf ihre Arbeit, besonders die Eltern. Das ist dann am Ende immer der Moment, der mich in meinem Beruf auch immer wieder erfüllt. Das ist dann am Anfang.